Oh mein Gott Und ich freue mich sehr, dass ich gleich mein SCP-Ebenbild sehen werde, mit ganzem Federbein auf dem Boden, die waren sehr sexy Warte, kann man in dem Spiel echt nicht seitlich? Fuck Okay, ich weiß nicht, wie du das hinbekommen hast, aber ich kann nicht nach links laufen Du hast irgendwie den A-Key total versaut Ich kann nur nach rechts laufen, aber nicht nach links, das ist sehr sexy Ja, ich mach doch, was soll ich denn machen? All right, fine, be that way, we'll get someone else then What the fuck, wovon reden? I'll get rid of the body You can go and get another one What the fuck is grad passiert? Fuck you, fuck you Kannst du die Tür aufmachen, ich will raus, ich will Sachen zu erledigen, die viel mit Sabrinas zu tun haben und Federbellen Nein, ich möchte nicht Federbellen in ihre Federballtasche reinstecken Das ist dein Job Kannst du gerne machen, wenn du willst, dann musst du mich anrufen Ich habe ein bisschen Arbeit für dich Bitte stehe aus der Zelle Kannst du mich folgen? Die meinst du? Die meinst du? Das ist okay, das ist okay, tschüss jung, tschüss, ich mache alles was du willst Ich bin deine weibliche Hündin Oh Gott Hier sind wir, geh in da und folge die Instruktionen von der Intercom und du wirst sicherlich gut sein Das ist genius, das ist einfach nur Sichere Corruptens Popo Oh ist das genius Das ist das genius Oh ich muss mich angucken Federbell über Wie sieht der aus? Hat der? Was ist das? Was? Was? Warum? Warum hat der anatomisch korrekten Hintern am Hintern? Das ist nicht gut Ich glaube es sollte nicht so sein Scheiße ist das gut Ich will dein Gesicht sehen Meine Augen Ich muss deine Augen sehen Kumpel SCP Corrupted Corrupted CP S Corrupted P Keine Ahnung irgendwas Pfff Nee ne Ich muss mich kurz von mir selbst töten lassen Tut mir leid wir sind gleich wieder hier Das muss jeder mal in seinem Leben erlebt haben Sonst muss man sich selbst umbringen Das ist ein einstellendes Erlebnis Verdammt ich hab dich gespeichert Okay bis gleich Zeitungsartikel Jeder Mensch hat sie damals gelesen Heute er weniger aber sie existiert noch Genau die Zeitung Fuckin creepy So da sind wir wieder in der besten Mod Aller Zeiten Aber du spielst ja laut Und Der Macher der Mod hat mir gesagt Dass ich die Kamerasettings auf 300 geil Auf drin anstellen sollte Damit man in der Aufnahme ein bisschen mehr sieht Hab ich jetzt gemacht Und ich hoffe ihr seht mehr Ja ich sehe sogar schon mal Das hier Sind das Fehler Nein Ein riesiger Fehlerball ist gedroppt Krasser Shit Oh fuck Kommt wieder mal aus der Decke Oh ich finde das so gut Ich finde das so unglaublich gut Der Download liegen wird übrigens auf jeden Fall un Nein bitte nicht Bitte nicht der Typ Nicht jetzt schon Komm fuck you Kann ich speichern? Kommt der Typ jetzt schon raus Das war lächerlich Nee ne Okay Glück gehabt Auf jeden Fall wird das Spiel Hundertprozentig unten in der Beschreibung drin sein Und ich würde mich sehr freuen Ich schätze der Macher der Mod auch Wenn ihr ein Let's Play davon machen würdet Oder es einfach nur so spielen würden Das haben wir im YouTube-Brunner Weil ich das Wäre sehr sexy Für mich und für ihn Also wenn ihr nett sein wollt Könnt ihr das Spiel gerne spielen und Ihn dann irgendwo erwähnen Ich glaube das würde er gut finden Ich auch Wo bin ich? Also wo ist mein SCP-Abbild? Wird irgendwo sein Ich will nur nicht, dass ich mich schon wieder selbst erschrecke Also ja Leicht deprimierend Oh, opala Kann ich nochmal Bist du das sicher? Boah das ist so unglaublich geil und creepy Wirklich Krass krass gemacht Junge Mach weiter so Willkommen bei SCP Cropped Edition Die ist unser aktuelles SCP Cropped Cropped ist ein menschliches Lebewesen Was ein Aufmerksamkeitsproblem hat Hey das Das stimmt nicht Hey guck mal was ich gefunden Ich habe eine Dose Die lag da Achso was soll ich Ah ja tun halt Sollst du Cropped es sehen Musst du ihn immer anschauen Und ihm sagen dass er hübsch sein Sollst du Cropped einen Sekunden lang aus dem Auge haben Schau dich schnell um und suche ihn Denn Corrupted will immer spielen Und wenn der Erste der weg ist Bist du der Nächste Das stimmt Der Corrupted Typ sieht sehr gruselig aus Ich hoffe dem werde ich niemals begegnen Homisches Mistvieh Richtig hässlich ist der Junge auch Corrupted bist du hier? Oh hey Corrupted was geht Oh fuck Sonst ist nämlich peinlich dass ich mich selbst Jeff Beficker Derp Du bist ein verdammtes Genie Du bist ein verdammtes Genie Weiter so Komm Bring her Machst du gut Machst du gut So weiter so Ich bin stolz auf meine Hier und hier Hallo Tschüss Okidoki Speichern Dankeschön Ich hab gespeichert Und jetzt können wir uns langsam Von dem SCP Corrupted entfernen Ich dachte ich kann Ich kann immer noch nicht nach links laufen Ist ein bisschen ärgerlich Aber damit kann ich leben Das wäre was gutes Zum Hotfixen Das ist so viel für mich Das ist so viel für mich Ist das gut Ich muss da rein Ich brauche unbedingt die Keycard Ich muss da rein Ich muss Moneyboy SCP finden Oh ist das fett Ist das fett Ey Oh wie geil Oh die sind wirklich krass Krasser Scheiß Oh Leute Ich hol mir die Keycard Ich hol mir die Keycard He 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 Ok Das ist ne Einserkarte Und ich glaub mit ne Einserkarte kann ich nicht viel machen What the fuck Ich will mich nicht umdrehen Was hat mich grad umgedreht Auf mich umzudrehen Ich will mich nicht umdrehen Kann ich hier rein Hier wollte ich auch ne Zweierkarte schnimmst Ja Doof Gut Was kann ich mit der Einserkarte dann überhaupt machen Kann ich zu Moneyboy gehen Moneyboy Moneyboy Junge Drehen Swag auf Oh ich will den Swag Warum es gehört YOLO Keinen Swag aufgedreht Jetzt tun Swag aufdrehen Später machen Gut Dann ist der Swag wohl zugedreht Das Swagventil Ist hart zu Warum Warum Was schlägt mich die ganze hin und her Das ist creepy Das ist ziemlich creepy Ok Ich speichern mal Das ist leicht verstörende Dass ich nicht nach links laufen kann Ich komm mir irgendwie vor Als ob ich nicht besonders schnell wegrennen könnte Wegen dieser Scheiße Ist das wahrscheinlich auch so Aber ich muss mich so drehen Weil ich nicht nach links drehen kann Das ist doof und mies Und das Vieh ist direkt hier hinter Ich weiß das Schwimmts Schwimmts Ahja Das ist jetzt doof Oh fucking hell Fucking hell Fucking hell Okay Ich muss irgendwie versuchen Von mir selbst wegzukommen Wo ist er? Crapter Wo bist du? Oh ich muss wegrennen Oh shit Ich hab nicht erwartet Dass mir Mein eigenes Spiel irgendwie Angst macht Aber tut es irgendwie doch Das ist nämlich traurig Aber Naja ne Das soll man tun Okay Hier gibt's gar nichts Gar nichts zu erkunden Für Corrupted Weiter ran Uh Schau rein Hör auf Dich zu bewegen Corrupti Hör auf damit Okay Ich muss jetzt mal zurück Ich muss echt in den Raum reingehen Wo ich grad hergekommen bin Ich will die aber nicht Weil der ist der Typ Und ich kann nicht nach links aufnehmen Und ich kann nicht nach links aufnehmen Und ich kann nicht nach links aufnehmen Okay Ich sehe hier erstmal nichts Blinzel Blinzel Fahrradkette Ach fuck you Fuck you corruptive Fuck Ich muss hier irgendwie durch Okay Jetzt habe ich ein Problem Weil ich Ich komme da nicht rein Weil ich muss mich ein bisschen nach links drehen Das kann ich nicht Weil der Typ da im Weg steht Okay Wie mache ich das Ich kriege sie so irgendwie hin Okay Das ist jetzt kacke Ich kann nicht nach links Ich kann nicht nach links Oh Oh fuck Fuck So Oh Panzerstörung Oh fuck Das ist gut Ich komme nicht an hier vorbei Kumpel Ich schaffs nicht Oder? Nee ich bin so tot Ich bin so tot Oh Gott Oh das war fucking knapp Und das hat geklappt Ich habe eine Zweierkarte Was mach ich halt Ich muss jetzt irgendwie hier rauskommen Speichern Speichern Okay So Jetzt ganz langsam hier raus Geh weg corrupti Ich komme nicht an hier vorbei Ich block mich selbst Das ist Deprimierend Traurig Ich kann wohl nichts tun Okay Ich glaube ich komme hier nicht raus Block mich Oh Äh Corrupti Kannst du bitte aufhören Katzenwache zum Fuck Wie komme ich jetzt hier weg Oh scheiße Ich fühle mich wie ein Panzer Ich fühle mich wie ein beschissener Panzer Okay Oh Fuck Wie komme ich jetzt Oh Diese Steuerung So So Langsam Weg laufen Langsam Weg laufen Ich hoffe hinter mir irgendein Ja ist okay Okay Nein Geh weg Corrupti 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 aus Oh fuck Corrupti Ich werde selbst das Gesicht getreten und mich getötet Mal dann Wer ein Treffen mit Corrupted Sollte es mal ein Abo Treffen mit Corrupted geben würde ich sehr schnell ausatmen Ich komme nicht raus Ich komme nicht raus Moment mal Ich glaube ich weiß was ich tun werde Moment ich werde nicht cheaten Was völlig anderes also Guck ganz kurz weg Mach die Augen zu Bin gleich wieder Oh hey Leute hier Ich bin wieder Hey Ich habe es raus Ich habe es Oh ich habe keine Ahnung wie ich das gemacht habe Ich bin irgendwie raus gekommen Und Oh krass Ey hier ist Moneyboy übrigens Könnt man nachgucken wie wir da rein können jetzt ne Das wäre krass wenn wir da jetzt rein können Das wäre voll der Zufall Fuck ich kann da immer noch nicht rein Bis gleich Moneyboy Junge Wo ist Moneyboy Ist Moneyboy hier Moneyboy ist hier Moneyboy Okay Mal speichern Dann schauen wir beim Moneyboy auf Mal gucken was er Man hat dann so ein Moneyboy gemacht Hat was aus dem geworden ist Ach geil Ich 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 will es eigentlich gar nicht wissen Ich will es eigentlich gar nicht wissen Ich will es eigentlich gar nicht wissen Gott Hallo Steig steige aus dem Bett, drehe den Swag auf, schau kurz in den Spiegel, sag what up yeah, I'm getting money, oh 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 come on steige aus dem Bett, drehe den Swag auf, schau kurz in den Spiegel, sag what up yeah, I'm getting money, oh oh ab wenn ich weglaufen nicht muss mich töten dass man die Beurte ist für meine Worte um eine Beurte für meine Beurte für meine Beurte für meine Beurte meine Beurte meinem Körper ein Witz Ich muss es tun! Blockhaster! Ich muss es tun! Er ist der Shit-Freund, oder? Dreh den Swag auf! Okay, bist du gleich tot? Ich will nicht mehr viel mehr Money Boy hören, das macht mich auch ein bisschen blöd! Ich glaube, wir können nicht sterben. Money Boy ist zu krass! Oder? Was? Brasilien, ja? Nicht aus Korea, sondern aus Brasilien. Das ist ein wichtiger Unterschied, meine Freunde. Das Spiel ist so unglaublich geil. Ich komme damit gar nicht klar. Das ist so unglaublich geil. Okay, ich werde mehr davon bringen, wenn er den kleinen Bug gefixt hat, dass wir mit... auf mich einfach links laufen können. Und bis dahin hoffe ich euch hat dieses kleine Video gefallen. Mit besonderer Money Boy Edition, Special Corrupted X Money Boy Feature Edition. Und... Wir sehen uns im nächsten Video. Euer Corrupted. Bye-bye. Von Corrupted. Das Spiel hatte so einen großen Einfluss auf sein Leben, dass nach diesem Video in ein dreimonatiges Koma fiel. Nur an diesem Tag, den 24.7.2014, wieder aufzuwachen und ein weiteres Mal Donald zu spielen. Bis zum nächsten Mal. Dann ... ... ... ... Vielen Dank.